Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mutti ist die Beste. Die haben doch Schiss! Deswegen müssen die auch draufhauen. Ich verbrauche überhaupt gar kein Strom und schon gar kein Atomstrom. Jeden Tag eine gute Tat, halte ich scheiße hier auf den Staat. Also ich fühle, er soll trotzdem ein bisschen aufrucken. Das ist doch alles Gesoxe, was hier rumhängt. Das ist nur Gesoxe. Nee. Ich habe etwas vor. Ja, wir haben das Haus ja ins Stand besetzt und eigentlich habe ich das meiste selber gemacht. Ich hätte doch ein bisschen helfen können, oder? Keine Ahnung. Na was? Ich kann singen. Ja. Und die Musik ist nicht so gauert. In ein Tränenflüsch. Ja. Der Mariannenplatz war blau, so viele Bullen waren da. Und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heut ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Betanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wär doch, das Leben gibt es, keine Polis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz. Damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hatten. Doch die Leute im besetzten Haus bieten, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und reißt und Busch aus Kreuzberg raus.